Hallo Leute, extra kurz auf Pause gedrückt, wir sind bei Folge 12, Heisenberg zockt, Metal of Honor. So, Ruhe, jetzt wird gehelikoptert, gehubschraubiert. Sollte ich das und schießen? Habe ich hier im Wind? Oder was? Rechte raus. Ah, ok. Alles klar. Oh, was, wer? Ui. Du kennst die ja gar nicht. Was macht der Kerl da? Wo geht er hin? 1-1, man im Auge behalten. Jaja. 0-6, ich werde die Position, dass Sie marschieren. Und jetzt? Moment, Moment. Das ist ein AK. Die Kerle sind bewaffnet. 1-1, haben Sie eine Waffe gesehen? Bestätige. Bestätige, er hatte eine Waffe. Das sind böse Jungs. Hm. Wolfpack 1, Gansfighter 06, wir sehen besandete Personen bei 1-5. Juhu, die packen da irgendein Raketenteil aus. Los, los, schalten wir sie aus. Nerzer, Nerzer, das sind die Kerle. Haben wir Freigabe zum Angriff? Gar nicht. Gansfighter 06, Panther, das sind feindliche Ziele. Sie haben Freigabe zum Angriff. Keine Verbündeten in der Gegend. Freitmannsheil. Feuer, Feuer, Feuer. Boah, ist ja krass. Feuer, 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 Feuer. Mit Hellfire die Mörserstellung ausschalten. Mörserstellung ausschalten. Keiner weniger. Aus der Reichweite. Aha. Ich kann nicht mit Hellfire. Naja, wenn hier steht, außer Reichweite. So, da bin ich wieder. Musst du mich im Internet kurz schlau machen, das ist die Taste einfach 4, die man gedrückt halten muss. Warum sagt eines einem keiner? Das ist ja schon ein bisschen witzlos. Hier, einmal 4 drücken, dann geht die Hellfire los. Bam, sieht dafür auch geil aus, muss man sagen. So, nächste Hellfire hier rein. Dann hätten wir ja hier oben noch welche. So. So einfach ist es, wenn man die richtige Taste weiß. Ja, ihr seid da genau im falschen Moment aus der Hölle rausgekommen, Jungs. Ganz weiter 06, BDA voll. Etwa zwei Dutzend Feinde und drei Mörser ausgeschaltet. Ganz weiter 06, Mission ausgeführt. Gehen Sie jetzt auf Kurs 280. Hm, kein Effekt, wenn ich drauf schiesse. Ja, da kommt es runter. Ne, ist ein bisschen weit weg. Ja, lass uns mal dahin fliegen. Ganz weiter 06, Aufklärung sagt, das ist leer, aber Predator hat Waffen in den Fahrzeugen ausgemacht. Sie haben Freigabe zum Angriff. Warnung verstanden, 1-1, wir haben bestätigte Warten auf den ladenflächen der LKW. Jetzt wird es laut. Kölner? Jetzt laufen die Schalter heiß. Ganz weiter 1-1, Feuer mit den 30 Milliliter. 06, die anderen wollen in das Dorf. Jagen wir sie hoch. Hau wie schön. Positiv, viele Fremdsangriff. 06 nach rechts abdrehen, dann zurück und beschufte Ziele. 1-1, alles klar. AKG, Bagram, einige Ziele betreten des Dorf. Dürfen wir Dorf angreifen. 06, Bagram, Dorf wurde als Waffenslage der Taliban bestätigt. Sie haben Freigabe für alle Ziele. 06, mehr nur mit der Ziele. 1-1, zwei, sind hinten. Die Fremdsangriff, bitte. 06, Ziele von unten beschossen. Die Ziele reißen wir ein. Scheiße, wieder angesehen. Moment, APG, Südende des Dorfes. APG, APG, Scheiße. Oh. Rutsangriff. Rutsangriff, der hat sich stehen und da an die Kälte zu befassen. Der Tauber hat mal ein paar Raketen rein hier. Boah. Ist hier übel. Oh oh oh. Gehört das jetzt dazu, oder war das mein Tod? Nee, nee, geht noch. Hält einiges aus, die Kiste. Ich versperre gar nichts. Boah, da sieht er aber schon geil aus, ich muss echt. Ei, ei, ei. Wo? Da fliegt keiner mehr. Boah. So wie es geknallt hat, würde ich auch mal drauf tippen. Der andere Apache, der raucht aber ziemlich. Ähm, meine Rede. Der letzte APG hat uns ganz schön erwischt. Ich habe Master Corsen und negatives 30 Millimeter. Ich wiederhole, kein Geschwitz. Wie schlimm ist das? Hab immer noch aktive Ziele auf dem Wal. Die Steuerung ruckisch spürbar, aber angesichts der Ziele wäre es eine Schande zur Basis zurückzukehren. Vorschläge? Ihr Geschwitz funktioniert ja noch. Wie wird es mit Hans-Hertiller? Was ist das denn? Das ist eine Trainingslegung, aber die Ziele versägt. Es ist einfach. Ich mag viele Ziele, wie schießen viele. Wichtig ist nur, dass Sie sie beim ersten Versuch erwischen. Ich habe kaum noch Traststoff. Wie geht es wohl uns am Apache? Er sieht dann nicht so weit nach Heide aus. Das war zu Synchronisierung. Was haben wir? Wechsel zu Terz. Oha. Ich kann gerade mal wieder noch nichts machen. Da haben wir wieder einen Mörsertrupp. Roger, melde mich von Terz. 06, haben wir noch ein Fieber, BN-Tiefer. 1,1, wenn vier Rotor kreisen hinter Ihnen. Baum. Menschenskinder. Lumpf geht es, viele 11 Uhr, oben auf dem Kamm. Gymnasium, herzfeiert. Ich habe die Handfeuer, was wir zusammen haben, was wir anzeigen. 06, wir sind in der Südöse, machen die Ziele aus. 06, die Wichtungsfüste, ist fertig. Na, lebt da noch was? APG, 12 Uhr, ich mag die Ziele für Sie, meldrufe. Oui. Melde halten, helft bei Eintritt. Tja. 06, gerät in der Südöse. Jetzt haben sie geschrieben, dass sie mit der vierte Helfer auslösen. Melde halten, Ziel auslösen. Jawohl, denn. Wo geht die hin? 06, gerät in der Südöse. 06, gerät in der Südöse. Aha, die hat getroffen. Ah, geil, mit dem Schnee, das ist schon. 06, gerät in der Südöse. Daniel in die Südöse. Lassen Sie uns angreifen. 1-1, roger. 1-1, roger. Ja, aber ich bin der O, wegen der Pedalen. Ja, reingeschäft нее, war 1-4. Nimm den Fehler. 1-1, roger. Arme 7. haben wir es also das kann ja keiner überlegen hier stehen noch welche gott was für eine sacke gold ansatz ziel erreicht da kam aber noch eine rakete raus holen wir uns die noch oder heiliges bisschen da kam doch aber nochmal geschoss daher zur texaco na aber das hat jetzt echt spaß gemacht muss ich ganz ehrlich sagen so stumpf es war ja hellfire hellfire haben wir es auf ja ich hab's kommen sehen wir haben ein bisschen viele raketen gefressen zu viele machen wir hier eine kurze pause und beenden die folge weil mir ist schon ganz schwummerig von diesem vielen rumgefliegen und rumgeschieße und jetzt muss ich erstmal wieder was gutes tun nachdem ich hier so viele leute ermordet habe ja ist ja zum glück nur ein spiel aber ich muss sagen das macht wirklich spaß dieses helikopter dingens das ist geiler als bei den meisten anderen spielen mit den flugzeugen auch wenn man nicht selber steuern kann das schießen muss ich sagen habe ich spaß dran ok dann gut bis zur nächsten folge ich hoffe ihr seid auch wieder mit dabei danke fürs zusehen tschüss